Hallo, es gibt ja jetzt eine Sammelaktion von Essence, wo man für jedes gekaufte Essence-Produkt so ein Herz in sein Sammelalbum kleben kann und dann voll coole Sachen kriegt, wie zum Beispiel Kosmetiktaschen, Armreifen oder auch große Reisekosmetiktaschen, Ohrringe und so weiter. Das gibt es in der Glamour, in der Bravo und überall wo es Essence gibt, kann man sich so ein Sammelheft holen. Ja, und wie ihr seht, habe ich schon fleißig zugeschlagen. Und zwar war ich beim Müller einkaufen und habe das alles mitgenommen. Und zwar ein Nagellackentferner von Essence mit Kokosduft. Dann aus dem neuen Sortiment, das ist so ein Bronzing Blush. Eine Seite ist rosa und eine so braun. Ist total cool, das braun ist matt und das rosa ist so schimmernd. Dann aus dem neuen Sortiment, das Smoky Eye Set mit dem Gel Eyeliner und Lidschotten. Der Lidschotten, der ist echt total super. In der Lidschotten, der lässt ja total super verblenden. Aber der Gel Eyeliner, also er ist eine gute Base, aber so als Eyeliner würde ich ihn jetzt nicht verwenden. Dann die Powder Brush, die kostet 2,75 Euro. Also es zahlt sich sicher aus. Von dieser Nail Art Limited Edition, also Biennale Designer, glaube ich heißt sie, den Base Coat und den Top Coat. Mit dem bin ich ja total zufrieden. Das ist dann echt super. Dann um 95 Cent den Fresh Start Nail Cleanser. Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich noch überhaupt nichts darüber sagen. Und weiter so um 95 Cent so einen glitzernden Dip Painter. Dann die Stamping Schablonen. Auf der einen sind so die Viskusblüten und chinesische Zeichen und eine Kirsche und so drauf. Und das sind eher so Muster. Die haben gekostet jeweils 1,45 Euro. Top Investition. Auch um 95 Cent so eine Toe Separator Lackierhilfen für die Fußnägel für den Sommer. Und die haben so Glitzersteine. Das sind ja total schön. Und um 95 Cent von Essence den Pro White Effekt Lack. Das neue Quattro. Summer Love 08. Ich muss jetzt sagen, die Farbabgabe ist nicht so gut. Außer der Orange. Der ist cool. Großen Holzstäbchen für die Nägel. Und die Nail Twins. Habe ich schon oben. Und die sind total cool. Die sind echt total cool. Die kosten beide unter 2 Euro. Und die halten super gut. Und schauen total schön aus. Voll der Funkeleffekt. Ja, das war's. Das heißt, bei mir wird es nicht mehr lange dauern, bis der Sommerpass voll ist. Und dann wollen wir eine schöne Prämie holen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke für Sie. Untertitelung des ZDF, 2020